Okay, Halli Hallöchen liebe Freunde, Zuschauer und Abonnenten, wer auch immer gerade zuschaut, ich mach jetzt weiter bei, oder herzlich willkommen zurück bei Let's Play Epic Battle Fantasy 3 mit mir, Timmy Astroth. Wir machen weiter in dieser netten kleinen Tele-Pokammer und will einfach mal ein paar Quests abschließen, einfach nur damit ich das schon mal, einfach nur mal, um zu gucken, ob ich noch irgendwas nützliches, äh, erlangen kann. Das schließe ich nicht aus, ich hab ja durch eine Quest auch die, die Fähigkeit Flair erhalten für Natalie, daher sehen wir mal, du bist fertig, du bist, äh, wen, wen müssen wir denn, wer, wer ist denn noch reif für die Insel? Du, I gave you this crap. Ach ne, warte mal, du hast mir, ich hab dich schon, hab dein, okay, du bist schon fertig, gut, ich hab dein Verlangen schon abgeschlossen, ja, so, nochmal, können wir Milch eigentlich nicht kaufen irgendwie, warte mal, können wir das nicht kaufen? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das kann man irgendwie kaufen, diese Milch, hey, warte mal, mal kurz, man kann ja auch bestimmt Mist Shop, ja, komm, wieso kaufen wir uns nicht einfach mal jeglichen Scheiß, einfach mal, einmal, wir haben ja jetzt so viel Geld. Wenn man alle Quests so lösen kann, ja, okay, vielleicht nicht alle, aber viele Quests so lösen kann, ja, dann ist das ja, pff, man muss einfach nur das Geld haben, lol, man muss einfach nur, man muss einfach nur der Sugar Daddy sein, in diesem Spiel, ne, okay, also, ich weiß jetzt nicht, wird sich rausstellen, und ich kaufe mir jetzt einfach mal alles, na, komm, einfach mal mehrmals, obwohl, ja, okay, dreimal reicht vielleicht, was hab ich gekauft? Hm, geht gleich weiter, mhm, ernsthaft mein ich. So, Bubble Stones, Eiskristall, Magmaball, Ich glaube, ich könnte es mir in so vielen Kämpfen eigentlich leichter machen, Aber, weiß nicht, Ich finde es, so wie ich kämpfe, eigentlich ganz okay, warte mal, dafür brauchen wir jetzt nur eins, komm, das reicht. Wir müssen jetzt nicht ohne, wir müssen jetzt nicht alles aus dem Fenster rausschmeißen. Rainbow Jam, wir können ja davon haben hier auch so unglaublich viele. Doch, das geht auch, und das auch. So, und jetzt, jetzt haben wir definitiv ultra viel. Ja, warte mal, jetzt will ich, jetzt will ich mal gucken. Lief. Quests. Kann ich irgendwas, ja, guck mal, jetzt kann ich zum Beispiel diesen, der Typ mit der E-Gitarre, kann ich jetzt abschließen, ist doch toll. Nur weil ich jetzt dieses Stein-Ding da gekauft hab. Und, wer ist noch drinne? Du nicht, ja, du brauchst noch einen Mushroom, aber man kann das hier tatsächlich kaufen. Wirklich jetzt. Tatsache. Also, so, wisst ihr was, ich glaube, ich gehe jetzt nicht weiter, ehe ich alle Quests hier mal abgeschlossen habe. Get these items. Ja. Ich will, gehe jetzt mal zu dir. Du, äh, Rocker, Meddler. Ja, ich glaube, ist Rocker eigentlich heute noch ein gängiger Begriff? Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Ich habe da mal irgendwie was Leute hören, dass Rocker gibt es nicht mehr. Äh, ohne jetzt irgendwen zu erwähnen, ja, aber gut. Razorback. Guitar, let's boost magic power. Oh, warte mal. Nice. These batteries were pretty hard to find. Äh, warte mal, stopp. Das ist doch bestimmt eine Waffe. Aber nicht für dich, Natalie, oder? Nein, nee. Da. Uh, also, das hat Windelement. Steigert die Magie, Angriffsmagie um 20%. Ja, du hast doch Magie, ne? Aber, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich denke mal, diese ganzen elementaren Angriffe, das sind diese ganzen, diese ganzen, die ganzen magischen Angriffe von dir, ne? Obwohl, das ist aber auch physisch, ne? Weil, weil, weil Gegner, die gegen magische Angriffe Ibun waren, konnte man mit der Eisklinge zum Beispiel Schadens anrichten. Deswegen denke ich immer, Matt ist ein Charakter, der durch und durch nur physischen Schaden macht. Deswegen gebe ich ihm eigentlich auch nie diese Schokolade, oder, nee, diesen Schokoladenkuchen, weil er Magie eigentlich nicht so viel braucht wie Natalie oder Lance. Sagt mir, wenn ich mich irre, aber, äh, das kommt, das kommt mir so vor. Einfach nur. So, get these items for me. Ja, ne, wir, wir kaufen uns erst mal Milch, ja? Obwohl ich keine Milch vertrage, äh, ja, ja, es geht ja nicht um mich, hä, hä, ja, genau, es geht ja um ganz jemand anderem. Sleep, nein, ich will nicht schlafen. Foodshop. Milch, ganz viel Milch. Damit unser Empfänger davon, ja, Laktose bekommt oder was, keine Ahnung. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Laktose ist scheiße. Damit, mit Krankheiten scherzt man nicht, okay? Das ist Kacke. Lasst es sein. Für, für die, 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 die damit auf YouTube rumprahlen, äh, 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 also die, die das in ihrem letzten, irgendwie kommentieren wollen und nicht wissen, womit sie das zu tun haben, das ist, informiert euch, ja? Ihr blamiert euch bis auf die Knochen, wenn ihr darüber Witze macht. So, das ist nur ein gut gemeinter Rat von euch. Äh, von mir, von mir, ja. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert, das war mir tief peinlich. Macht diesen Fehler, macht diesen Fehler nicht, okay? Das ist, man, man könnte meinen, es wäre fast nicht wieder gut zu machen. So, aber gut, beim, ist bei mir nochmal gut ausgegangen, aber trotzdem, zweites Mal ist da eher nicht drin, ne? Gut, ähm, warte mal, Quests, äh, ja, wo bist du denn, werte Dame? Ah, stopp, mal kurz, konnte man jetzt auch Blumen bei dir kaufen? Nein. Ne, Blumen? Ach, Quatsch. Ne. Ja, man kann Blumen zwar auch essen, soll sehr nährstoffreich sein, aber, ich weiß jetzt nicht. Ne, Blumen sieht nicht so nach einem Blumenladen aus. Äh, ne, ja. Äh. So, zu wem gehe ich denn? Wo muss ich hin? Wo ist diese Dame, die, die diesen Shit von mir braucht? Warst du das? Oh, guck mal, du siehst doch schon wie so eine, Far, äh, Farma-Frau aus. Karl-Kostüm. Ja, okay. Es gibt ja diese Redewendung. Willst du, Nathalie, jetzt dafür gerade stehen? Mit diesem Outfit? Also, ich glaube nicht. Wenn du nur ein bisschen Selbstwertgefühl hast, Nathalie, dann lässt du es sein, dann trägst du dieses blöde, blöde Kuh-Kostüm nicht, ne? Hast du verstanden? Blöde Kuh-Kostüm? Ja, das würde ich nur mal angemerkt haben. So, ja, also, ähm, ja, äh, das Aufwerten, das mache ich später, ja, Get These Items. Muss man die, muss man die, hab ich die, Moment mal, hab ich nicht irgendwelche, so Blumen? Ja, die kann man bestimmt irgendwie pflücken, irgendwie. Also, irgendwo lose auf dem Feld rumliegen und dann aufsammeln. Man muss einfach nur so ein paar Blumen anscheinend irgendwie antippen, mit der Leertaste und dann hat das, also, okay, ja, Milch haben wir und, äh, ja, Pilze brauchen wir noch. Äh, warte mal, hab ich den Pilz jetzt bei dir gekauft? Ne, ne? Oder doch? Doch. Oh. Verlassen. Hm. Okay. Pilze haben wir genug, Milch haben wir genug, Goldbarren und Pizza. Was ist das? Warte mal, das sind, irgend so ein, irgend so ein Papier und, und, und ein Eichhörnchenschweif oder so, ne? Oder? Ja, guck mal, das da ist es doch. Und das da. Jetzt kaufe ich einfach alles, was ich benötige, ja, für die ganzen Quests. Jetzt, aber wir brauchen zehn Stück davon. Äh, kann ich nochmal mit dir reden, Lady? Äh, wie viel hab ich denn davon? Ich hab, ja, okay, sieben, dann, ja, das kann ich abschließen, das auch, das auch, das nicht. Wir brauchen diesen Stein, dreimal. Oh. Da. Ich hoffe, das ist das, Steel Plate. Oh, man kann das echt alles kaufen. Tatsächlich. Ich dachte, die ganzen Typen wollen alle nur irgendwelche Raritäten haben. Rubin brauchen wir noch. Wir haben, ja, Rubin, das ist ja so, das ist teuer, ne? Halbwegs. Okay, von dir hab ich schon. Steel Plate, genug. Quests. Rubin, genau. Ja, dann, these items. Silber, Silber, Dingens. Dieses, ja, das Schildding, ne? Kann man das hier kaufen? Ne, ne? Hätte mich jetzt auch gewundert. Das ist bestimmt, das ist, das ist so ein Rarität-Ding, ne? Tausendprozentig. Das kann man bestimmt auch mit dem ankaufen. Equipshop. Ach, ich kann nichts mehr bei dir kaufen, du bist aus, ich hab schon alles einmal bei dir gekauft. Dann erübrigt sich das auch. So, warte mal, wo fangen wir denn jetzt an? Moment, oder wo machen wir weiter, besser gesagt? Also guck mal, kann ich nicht auch irgendwie das Katzenfutter? Katzenfutter. Katzenfutter fehlt mir und Lautsprecher. Stopp, ich geh nochmal kurz zu dir hin. Nee, nee, du verkaufst kein Katzenfutter. Okay. Und du bist eine Ausruhtante, ne? Deswegen, nee, 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 ich muss woanders hin, tut mir leid. Meine, ich, meine Reise führt jetzt ganz woanders hin. Oh, hallo! Ähm, Stopp. Wonach soll ich jetzt auszuhalten? Am besten nach diesem Ritter. Nee, nicht nach diesem Ritter, nach diesem Gandalf. Der ist viel weiter weg. Ähm, guck mal, ich weiß immer noch nicht, wie ich darüber komme. Wartet mal, das wäre jetzt vielleicht auch mal ein Abenteuer, oder ein Rätsel, was es zu lösen gibt für demnächst. So, komm. Da, bitte. Oh, ich hab diesen... Oh! Vielleicht sollte ich mal deutlich mal ein bisschen weiter zurückgehen, noch nach diesen Telepost-Steinen Ausschau halten. Und einfach mal nochmal alle anquatschen. Oh, die Musik ist so knuffig. So, ihr habt jetzt nichts gebraucht, ne? Bruce. Kann ich mal bei dir vorbei? Nee, geht nicht, ne? just what I was looking for. Now I'll teach you a sacred spell of protection. Matt, Natalie or Lance can you now learn the skill Guardian. Oh, seht ihr? Guardian. Das ist der hier. Buzz one, Ali's defense, magic defense and evade. Okay, drei Statuswert auf einmal, aber nur ein Charakter. Das ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen ausgleichen. Pope dress. Sacred clothes for the Pope. Talisman. Ja, danke. Danke für den Talisman und alles andere auch. So, da werden wir jetzt wieder. Matt, Matt, wir machen mal bei dir. Das kann, kann jeder lernen? Kann das, kannst du das auch noch lernen? Nee, es kann nur einer lernen. Okay, gut, dann, dann eben Matt. Dann weiß ich eben für das nächste Mal, dass nur einer wahrscheinlich, ja, sie hat es ja auch gesagt, aber ich dachte, das könnte jeder lernen, aber, äh, nicht das, nicht das jetzt, nicht das jetzt, äh, aber wenn einer es lernt, die anderen es nicht mehr können. Ja, das ist doch voll unfair. Das ist doof. Ach ja, und dieses, ach ja, hier, Genji-Armor auch. So, ja, wir, wir, wir reden jetzt mit allen, denen, die jetzt, die, denen wir jetzt was, äh, zu erledigen, bei denen wir was zu erledigen haben, Mann, ja, und dann, gucken wir weiter, oh, guck mal, das sind diese kleinen, netten Tricks, wo, wo man an diese, Kisten rankommt. My Lady, bitteschön, wir haben Pizza, Beef und Bacon, meine Güte. So viel krasses Zeug. Aha. Und jetzt bei dir. Ja, Kaffee, Schokolade, Schokoladenkuchen. Ich nehme immer mehr zu. Und gerade bei Weihnachten habe ich so viel Schokolade gegessen. Das tut dein Weihnachten echt irgendwie an. Und da muss man sich auch gegen wehren, einfach. Das ist einfach so ein richtiges Pfundfest. Geh doch, ehrlich. Das ist volles Pfundfest. Naja, gut. Irgendwie vereinigt ist ja auch die ganzen, ganzen, oh, die ganzen Leute, aber, ja, dafür muss man jetzt nicht wirklich zunehmen, ja. So, also. Äh, Ed, ne, warte mal, du da. Ne, auch nicht du da. Irgendwer wollte hier was von mir. Nicht du, Dad, ne. Und, ja, dein peinlicher Dad und du Sohn, ne. Und, genau. Ne. Okay. Also diese, diese Teleposteine sind aber auch ein bisschen schwer zu erkennen. Guck mal, hier kann man das nicht irgendwie zum Schmelzen bringen, dieses Goldwachs da, oder was das ist. Wir haben Steel Shark, Bubble Stone, oh, meine Güte. Thank the Maddie, here at the, fine, Pearl, and some, äh, Shark Thing. Ja, danke. Äh, ja, Shark Ding, das ist doch bestimmt was für dich. Da, genau. Ja, aber eigentlich wollte ich ja zu diesem Quest Ding. So, wir wollen noch zu dieser Nackedei Tussi, die unbedingt Milch will und Eiscreme. Das kriegen wir hin. Müssen nur ein bisschen, warte mal, ist hier nicht noch jemand, der irgendwie was wollte? Ne, der nächste ist der da. Der sieht aus, wie aus, aus dem Wüstendorf. Ja, sieht aus, wie aus dem Wüstendorf. Ja. Herrgott, wie sieht der denn aus? Hier. Kimberley. Awesome, Jäger. Danke für dieses fettleibige Zeug. Könntest du vielleicht besser geboren als ich, oder? Ne, ja, doch. Könntest du besser geboren als ich. Oh, stopp, stopp, oh, 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 was sehen meine Augen denn da? Genau, den Schmarrn. Warte mal, wo ist das Ding jetzt? Genau, das ist der da. So, ich passe, guck mal, ob ich hier irgendein paar Blumen finde. Ich muss, glaube ich, ja, guck mal, weil, da gibt es doch mit Sicherheit den, den, ja, oh, Berserk, können wir lernen. Also, äh, da gibt es doch, ja, der Ritter wird uns doch bestimmt etwas sagen über seine Blumen, die er haben will. So, also, Berserk. Irgendwie habe ich auch schon wieder das Gefühl, das sollte Matt lieber lernen. Also, warte mal. Gives an Ali Berserk-Status, causing them on attack, constantly with greatly increases damage and attack and defense. Increases attack and defense, okay. Hmm. Ich meine irgendwie, das sollte lieber ein, 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 Kerl lernen, ein Typ lernen, nicht die Natalie. Lens, sollte ich, oh, nee, warte mal, Lens, du kannst das gar nicht lernen. Aber du, äh, nicht so gut, gut, Nathalie, ich weiß, ich habe dir schon den Guardian weggeschnappt, aber ich glaube, dieser Berserk, ja, ich habe einfach nicht aufgepasst, es tut mir leid. Berserk, würde, passt jetzt, würde ich jetzt einfach besser Matt geben. Einfach nur so aus Gefühl, Instinkt, ja. Gefühl, Gefühl und Instinkt, ja. Boah. Ach, und das war es schon. Guck mal, da hat er schon ausgelernt, der Typ. und das war es schon so ausgelernt. Und das war es schon so ausgelernt. Das war es schon so ausgelernt. Oh. Junge, das gibt es nicht, was ich hier alles so übersehen habe. Also, ich war ja damals, als ich das Spiel angefangen habe, ja, noch total ungeübt, ja. Aber ich erkenne jetzt einfach so viele Durchgänge, die es gibt. Und das berührt mich einfach gerade sehr, sehr peinlich, dass ich das damals übersehen habe. Also, hier ist jetzt zwar nichts. Der Holly, hallo. Führst du meinen Hund Gassi oder führst du Arthur Gassi? Bitte. Der Mann, der bei mir im Keller wohnt, ist eine Nervensäge. Der muss, muss, äh, ja, muss ausgeführt werden. Haha. Tja, wer kennt die Serie noch? Irgendein Ritter war doch hier. Lanzen, nee, du nicht, Lanzenlot. Lanzenlot nervt, ne? Deswegen hast du so ein, so ein Wutanfall Grafik da auf deiner Stirn, ne? Quatsch war mal, wie, wie, was war das? Also, es war einer mit so einem Verband, okay. Der war aber nicht hier. Und ich sehe hier auch keine Blume, die man irgendwie aufheben könnte. Oh, warte mal. Ha! We just crawled through a tree. I did not sign up for this. Is, isn't that negative? Ja, it's great. Ganz genau. Da stimme ich ja zu, aber wenn ich jetzt da zu einer anderen Kiste will, muss ich dich jetzt erstmal nur aus dem Weg räumen. Nicht kaputt machen oder so, sondern einfach nur, ich will, dass du Platz machst. Oh Mann, wir sind jetzt schon so überpowered. Ist so unschön. Komm, machen wir jetzt einfach quickie. Wir sind so heftig. und guck mal, wie wenig wir kriegen. Ich sehe keinen, fast keinen Unterschied zum vorher und nachher. Ja, und hier kriegt man Items, die eigentlich schon überfällig sind. und... Oh. Hätte ich doch damals nur ein bisschen besser... Ja, okay. Ich wusste es damals nicht. Fehler passieren. Oh Gott. Was ist das? Um Himmels Willen, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Was ist das? Stopp. Nein, 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 Warte mal. Ich speichere mal kurz ab. Ich habe jetzt nämlich ein bisschen Angst. Um Gottes Willen. Was ist das? Was ist das? Thee who reads this shall inherit the will of fallen heroes. Oh, fallen heroes. Ist das sowas wie ein Friedhof? Strange looking place. Looks like a last minute edition since there's no background. Surest, guess there's gonna be a lot more secret areas like this. Better keep a look out for them. I wonder if we'll have enough medals for the other thought. Took us enough effort just to get in here. Oh Gott. Was war das? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Da war doch jetzt kein Gegner. Okay, das haben wir schnell gelöst. Das Problem aber. Holy shit. Was ist das für ein Ort? Ich habe ein bisschen Bammel. Äh. Sorry. Ich habe jetzt keine Zeit. Ihr beschippt mit Sicherheit nur euren Schatz, aber ich muss weitermachen. Ja, weiß nicht. Steht mir mit Sicherheit nicht zu, den Schatz zu holen. Ja. Gut, wir kriegen hier zumindest noch ein bisschen was. Das ist bestimmt so eine Arena oder so ein Areal, wo ein paar extra starke Monster sind für den Zeitpunkt, wo man hier das erste Mal ist. Also in diesem Wald ist. Oh. Ein Skill. Also wir haben ja doch schon einiges verpasst. Oh Gott. Equip Dealer. Holy Crap. Was ist denn hier? Oh. Witzig. Was für ein Glück, dass ich hier reingegangen bin. So ganz zufällig. Menschenskinder. Ich habe noch so wenig ausgelernt. Hä? Auslernen kann man nicht. Das macht man durchgängig. Das ganze Leben lang. Ne? Da haben wir mal wieder nur Beweis. Und nur weil man etwas nicht weiß, heißt man nicht, dass man dumm ist. Kapiert? Das soll kein, keine Beeinträchtigung auf, auf euer Selbstwert sein. Kapiert? Ne? Absolut nicht. Das hat, nur weil er etwas nicht weiß, ist er nicht dumm. Ja? Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. So. Ich frage mich gerade, wo dieser Rittertyp ist. Der ist doch, hä? Wo war denn der? Ja, wir sind doch jetzt schon hier. Warte mal, stopp. Ach, der ist bestimmt noch im Dorf, ne? Ja, komm, dann gehe ich erstmal weiter zu dem, ach, Wüstendorf, falls ich jetzt da so schnell hinkomme. Ja, mit Sicherheit schon, weil es kann ja jetzt nicht so, kann ja jetzt nicht so, schrecklich weit sein, wenn wir jetzt zum Beispiel hier diesen Telepostein uns holen. Aber, ja, ich glaube, hier lässt es sich gut. Da ich so, what? Seid ihr auch so angetan von diesem bildhübschen Himmel? Ich bin es auch immer noch. Hallo. Schmidt, hallo. Die sehen so witzig süß aus, diese ganzen, diese ganzen NCPs, ehrlich. Einfach nur zu goldig. Ja, auch wenn sie eigentlich was heftiges darstellen, wie zum Beispiel den Augenverband Aua. ne, das ist, nein. Hallo, du da. Hallo, Han. Ich hoffe, ich muss dieses Rätsel nicht nochmal machen, weil sonst habe ich vielleicht ein Problem. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Hä, wo, wo, warte mal, wo war dieser Typ? Es war der da. Get these items for me. Äh, okay, warte mal. Hier war aber niemand. Ja, doch da, aber, äh, wissen wir was, wir gehen mal kurz hier rein. Vielleicht nur mal um zu checken, ob da noch irgend so ein Kerl war, der, hier, ne, auf der anderen Seite auch nicht. Äh, stopp, falsche Tür. Da entlang. Und jetzt runter und jetzt darüber und dann, äh, ja, komm, gehen wir einfach mal rauf. Hier ist gar niemand. Ja, jetzt sind wir schon wieder hier. Jetzt habe ich gar nicht, weiß ich gar nicht, wo die, hä? Keine Ahnung, wo jetzt der andere war. Ich such ihn mal in eurer Abwesenheit. Okay, und dann machen wir weiter. Okay, alles klar. Ich mache jetzt mal wieder ein kleines Päuschen. Muss schnell irgendwo hin verschwinden, denn ich habe es jetzt ein bisschen einig. Bis zum nächsten Mal, euer TMW-Estroth von Ciao. Sieben Sekunden Endcard sind in ein paar Sekunden vorbei. ganz genau und tschüss.